Mit Zahl. Da weiß ich nicht. Und wir sind schon in der Aufnahme drin. Oh. Hallo Leute. Mal wieder ins Battle. Mit dem battleigsten Battle-Gegner, den TK haben kann. Naja, du warst im letzten auch schon dabei. Vielleicht kennen sie sich sogar noch, ich weiß es nicht. Das ist nämlich der Marsaline. Genau, der Marsaline. Der zeigt dir, was ein Hake ist. So, ähm, bleiben wir aber bei 5 Minuten, ne? Ja. Voll kitt. Das ist voll okay. Dann kriegen wir drei, drei Reihen in ein Part. Ja, also. TK hat sich ein Zeitfeld, das runde Feld ausgerüstet. Ja. Es wird Zeit für ein Duell. D-d-duell. Mach dich kalt. Warte, warte. Jetzt kann ich mich bewegen, gut. Was ist gerade? Jetzt geht's gut. Ich bin da. Nein, du bist nicht da. Doch. Nein, nein. Da hab ich nie Chance. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Da hab ich voll was mit der Treffer-Schwanz auf diesem Feld, ne? Ja. Ich hab nach 5 Treffen, also nach 5 Schüssen auf Software zu 10, dafür dass keiner drin war. diesmal sieht es echt gut für mich aus was du hattest war einfach nur nicht aufnahmeglück ja das aufnahmeglück scheiße aufnahmemäßig habe ich irgendwie mal pech von daher sieht gar nicht mehr so schlecht für dich aus ja also ihr seht dass es bei mir lenkt aber es verkauft ich schon ja wenn es mal wirklich stark lag dann sagt bescheid dann bin ich wenigstens fair und dann ja geht eigentlich kannst du dir selber angucken wenn du dich auf meinen kanal verhörst natürlich ja Oh Mann! Nein, verdammt eh! Du bist ja auch nach vorne! Was war eigentlich das Verhältnis? Das kann die Chance sein Na, na, willst du den Ball? Willst du den Ball? Ja, ja, ja! Willst du, willst du, willst du? So schießt das vor! Nein, verdammt! Das ist irgendwie so eine Kurzsprint-Taste. Du musst es geben. Weißt du, was ich meine? Wird mich, äh, sprint zu holen kann. So, wenn man auf zweich auf drückwirkend ist. Ich glaube, dass du das ändern. Ne, ich mein, im Prinzip ist ja auch so, schon okay, aber... Jaaa! So, zum Beispiel, so ein Ball noch zu retten. Was ich meine? Ja, das würde das Spiel temporreicher machen und Action-reicher. Ja. Auch nur in der eigenen Hälfte halt, ne? Ähm... Hups! 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 Frosch! Frosch! Hups! Ah! Nein! 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 Ich schieße immer in mein eigenes Verderben. Mach auf, hier strich dein Verderben! Ja, 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 ja! Oh... Anschlusstreffer. Ja! Nein! Fast! mit die bei 3 die ganze treffer kommt noch auf der ausgleiche bericht mit mein Gott nein nein Nein, der hat ihn abgefangen. Scheiße. Ja, ne? Ist nicht cool. Und schon wieder nutze ich die Rundenfelder. Los, schieb ihn da rein. Hahaha. Alles geplant. Ach, man kann mit Shift auch? Okay. Kannst mit voll vielem. Auch mit X. Ja, X steht oben drauf. Press X to kick. Ich möchte irgendwo noch mal ein Ball bei dir reinschieben. Also richtig reinschieben. Oh, so richtig geil. Nein! So richtig hart. Du weißt, was ich meine. Oh Gott. Nein, ich hoffe, ich zu verarschen. Kosten. Nein. Nein! T- Haha. Hahaha. Höhöhöhöhöhöhöh. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö. Nach 25 Sekunden. Ja, jetzt glaube ich, jetzt soll ich was machen. Müssen wir auch die Tendenz versuchen zu retten. Nein, 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 nicht noch ein Tor. Verdammt. Oh, der hat fast berettet. Komm, Tendenz verkleinert, Tendenz verkleinert. Oh Gott, Tendenz verkleinert. Oh, scheiße, Mann. So, jetzt verliert die K. Aber jetzt kommt das Feld meiner Wahl. Und du weißt nicht, welche es ist, ne? Sie ist ja jetzt gleich. Ja, ja. Bereit? Bereit? Bereit. Oh, was? Nein! Nein! Kann man das eigentlich auch hinten rein? Nein, Schade, geht nicht. Nein! Wär auch zu einfach. So, ich hab hier mein Fels. Oh Gott! Nein! Das darf doch nicht wahr sein, Alter! Das macht ja gar nicht das letzte Tor. Oh, und hier kann man glaube ich auch nicht durchs Tor. Ne, guck mal, man kann nicht durchs Tor. Und hier. Ja. Ja, was ich mir mache. Es ist ein gewinnversprechend. Hm? Ja, so kann ich auch nicht durchs Tor. Haha. Haha. Maser erkundet das Feld. Ja. Nein! Hast du ja gar nicht das selber reingeschoben? Ja, ich krieg grad ne richtige Klasse von Duty Game. Ich will nicht irgendwie treten. Was? Na komm! Komm! Was? Nein! Ich hab's doch geschlafen. Nein! Haha. Hahaha. Der war billig. Komm, war ein schöner... War ein schönes Trommel wieder. Wie der Wald in der Beine Ecke. Nicht die billigen Tricksik, ey. Mann, da fängt die Ball ab. Nein! Ich kenn die Fresse einfach mal so. Ich hab ein gutes Gefühl. Ah, nee, 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 nee. Ich hab mein Schiebetor bekommen. Oh, nee. Aber noch bist du vorne, also. Ja, noch. Im letzten Match warst du auch erst vorne. Komm, jetzt aber... Zack! Oh, schön gehalten. Ja. Ah. Nun wiederrums Tor herum. Ich fall' nicht. Ich fall' nicht. Nein! Ja! Ich hab's nur mit Shift anstatt hochgedrückt. Ja. 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 Das ist einfach eine Weltreffende. Wie viel? Nein. 50k. Ich hab mir 3 Punkte vorgesprungen und die Hände ist ja ziemlich vorbei. Mein Gott ey. was ich hätte das jetzt fünf Monate oder so nicht mehr gespielt ja und du hast trotzdem mehr Erfahrung als ich ja damit kriegt das jetzt ein Spiel was du ab und zu mal gegen andere auch noch spielen könntest Ah scheiße nein ich häng auch fest verdammt das darf doch echt nicht wahr sein er war gemein das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein ich habe schon jetzt zum zweiten oder dritten mal 3 2 3 2 3 2 Jetzt ne Wendem, ist egal welche, das ist nicht Wendem gewesen. Klick! Weg! Ja, ich hab einfach irgendwann genommen, du hast... Ach Gott, jetzt wird's interessant. Muss ich eh mal ausziehen. Was? Muss ich eh mal ausziehen. Ausziehen? Ausziehen! Ausziehen! Ja, jetzt ist ein bisschen warm gerade. So, jetzt. Jetzt kann ich Ochsen vorzuhangen. Sag mal, machst du überhaupt irgendwas? Was? Achso, ich soll jetzt skip drücken. Na komm, jetzt gib mir den Ball wieder zurück, damit es fair ist. Hier rüber mit... Warte, warte. Genau! Das ist der Play. Okay. So. Okay, okay. Rein mit? Ja. Ey, so kann ich euch wenigstens noch ein großes Feld zeigen. Ja. Würde man sich aber auch ein richtiges Fußballspiel in etwa vorstellen, oder? Ja, wenn die mehr wären, ne? Ja. Ja. Von der Größe her. Nein. Würde eser Affe? Würde eser Affe? Würde eser Affe? Ich glaube schon, dass... Dieses letzte Spiel gewinnst du aber. Hoffe ich mal. So, das könnte die Chance sein. Ja. Ja. Schaff. 2-0. 1-0. Das sieht wieder gut aus. Das sieht wieder gut aus. Nein! Geil! Das Feld ist so groß, da muss man auch keine Angst haben, dass der Ball... ...booster irgendwie... Oh, die Kette kriegt noch nen Klatscher von mir! Schön, Applaus! Das sieht gut aus, das sieht gut aus! So, jetzt einmal hier hoch und... Oh, und! Nein! Ohohoho! Ziemlich viel Glück gab's! Die Kette auch vorbei! Nein! Ich hab's dir keine Chance, okay! Aua! Jaaaa! Ich bin gerade außer Baden! Ich hätte mein Glückstisch heute anbehalten wollen! Ist so! Nee, ist das letzte Spieljahr, dass ich mich mal gewinne! Ja, ja! Vielleicht bin ich auch nicht so für große Felder geeignet! Klar, 5-0! Klar, 5-0! Und? Ich hab's dir eine weitere Chance! Oh! Super genutzt, ey! Boah! Ohohohoho! Neidwaltige, hast du neidwaltige Kette! Ja! Ja, das hast du gerade... der macht es doch mal peinlich, ne? Jaaa! Nein! 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 Ein Erdepunkt. 80k, 8-1. Nein, verdammt! Schieß! 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 Nicht da hin! Da hin! Geh! Scheiße! Wee! Scheiße! Scheiße! Manchmal muss man sich echt erstmal einkriegen vor dem Lachen, weil der andere so Paxen macht. Ja. Oh mein Gott. So. Die Null schwitzt zwar nicht, aber dafür. Nein, verdammte Fass. Ich weiß, dass du jetzt ein Zimmer hier. Oder auch nicht. Doch. Also Tiki, das letzte Feld hast du ja echt auf die Fresse bekommen, ne? Ja. Ist nur, weil du halb Nacht am PC bist, oder warum? Ja. Vielleicht. Ja. Oh, Tiki, 11-1. Vielleicht hat mich ja mein eigener Körpergeruch auch einfach umgehauen. Hahaha! Das ist besser! Boah, ich schnick. Ich soll mal durchgehen gehen. Arg! Oh, Tiki, das war jetzt am Ende noch eine sticke Klatsche für mich. Ich schneid's einfach raus. Ja, ja, ja. Danke fürs Einschauen und bis zum nächsten Mal das Beste oder sowas. Willst du noch was sagen? Ey, von der tollen Differenz bin ich jetzt besser als du. Hahaha!